Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. So alle Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute machen wir eine Doppeltraktion, die wird erst gebildet und zwar fahren wir mit zwei, mit einer 218 auf eine andere 218, kuppeln die zusammen. Eine Orientroute und eine Verkehrsroute. Dieses Tandem übernimmt dann im weiteren Verlauf den EC 196 von Lindau nach München. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.